Hier in Hildesheim, Deutschlands kleinster Großstadt, ist die Spedition Bad Kowiak angesiedelt. Der 1966 gegründete Familienbetrieb mit ca. 70 Mitarbeitern ist traditionell im gewerblichen, güternah und internationalen Fernverkehr, aber auch in Schwer- und Spezialtransporten tätig. Allerdings ist Bad Kowiak in den letzten Jahren weniger traditions- als vielmehr fortschrittsorientiert, wie der geschäftsführende Gesellschafter Klaus Bad Kowiak betont. Für uns von Spedition Bad Kowiak hat das Thema Wirtschaftlichkeit schon seit ein paar Jahren oberste Priorität. Denn wir streben an, mit unserer Flotte Branchenvorbild im Durchschnittsverbrauch zu sein. Wir sind auf diesem Weg mit derzeit 29 Litern pro 100 Kilometer auch schon ziemlich weit gekommen. Unser Ziel für 2020 liegt allerdings noch wesentlich tiefer, nämlich bei 20 Litern. Was zur Erreichung dieses ehrgeizigen Ziels bei Bad Kowiak unternommen wurde und wird, ist im Speditionsgewerbe einzigartig. So wurde eine auf Verbrauchssenkung spezialisierte Unternehmensberatung in die Geschäftsleitung integriert. Außerdem wurden mehrere Millionen unter verschiedensten Bedingungen gefahrene Kilometer penibel ausgewertet. Die Ergebnisse wurden mit den Fahrern diskutiert und führten zu kompletten Umstellungen in Verwaltung und Fuhrparkplanung. Heute sind alle Mitarbeiter stolz auf das Erreichte. Dass wir von Bad Kowiak aktiv zur CO2- und Umweltentlastung beitragen, ist schon ein gutes Gefühl. Und die regelmäßigen Spritsparprämien, die wir erhalten, sind auch nicht zu verachten. So gesehen ist es nur konsequent, dass der Bad Kowiak Fuhrpark seit anderthalb Jahren schrittweise mit dem neuen Actros Euro 6 ergänzt wird, wie Unternehmensberater Stefan Schröder erläutert. Der neue Actros Euro 6 passt nicht nur hinsichtlich der Verbrauchs- und CO2-Werte optimal zu Bad Kowiak. Die Ausstattung mit Fleetboard erleichtert uns die Disposition und das zum Spritsparen wichtige Auswerten sämtlicher Telemetriedaten. Und unsere Fahrer betrachten Ausstattung und Komfort als zusätzliche Motivation für ihre Arbeit. Zur Zufriedenheit mit der für das Unternehmen neuen Marke Mercedes-Benz trägt natürlich auch die Mercedes-Benz-Niederlassung Hedelsheim bei. Hier wird nicht nur größter Wert auf die persönliche Vor-Ort-Beratung, den Service und auf die Wartung gelegt. Auch die Fahrer werden auf Wunsch regelmäßig geschult, um sparsam und sicher unterwegs zu sein. Ab 2014 gibt es dann einen Rundrund-Service direkt vor Ort im neuen Gebäude mit neuen Werkstätten, was bei Bad Kowiak natürlich gut ankommt. Der neue Actros Euro 6 und das Engagement von Mercedes-Benz in Hedelsheim unterstützen in vollem Umfang unsere Firmenstrategie.